So, und schon ist Nacht geworden, aber wir können ja... Nein... Z. Nochmal, dann eben nochmal. Gott sei Dank. Jetzt aber das. Und das, was ich eben gefunden habe, die Höhle, die kenne ich nicht, also müsste Höhle 8 oder 9 sein. Und jeweils andere ist dann da auch in der Nähe. Aber das machen wir ein anderem Mal. Ich weiß nicht, wann genau. Mal vor dem nächsten Update. Wir haben ja... So viel zu entdecken gibt es ja diesmal nicht. Für die Kleinigkeiten, aber auch Kleinigkeiten muss man mal machen. Z.B. Koffer öffnen. Medizin und so können wir alles noch gebrauchen. Wristwatch und so, das können wir auch gebrauchen. Ja, dann nehmen wir das mal mit hier. Können wir irgendwann wieder... ...benutzen. Okay, dann basteln wir uns noch eine Bombe, wenn das geht. Geht noch. Alles voll hier, du. Ein paar Mollis können wir uns auch basteln. Aber eben nicht mehr so mit Alkohol. Naja, okay. Dann gehen wir hier mal Richtung Eingeborene Dorf. Kannibalen Dorf. Ich hoffe immer, dass ich es auch immer brav finde. Aber ja, das ist das halt hier. So, und wieder unsere Wäsche, die wir aufgehangen haben hier. Nein, ich wisse, ihr wisst ja, wie ich es meine, ne? Hm, geht die Hörme. Und ein Tisch, der nicht zerstörbar ist. Fuß. Passengers. Können wir tatsächlich mal gebrauchen. Und diese hier sind auch aufbrechbar. Wusste ich nicht. Können nicht mehr... Achso, okay. Aber wissen wir, wo es ist? Ah, jetzt hätte ich gerne so ein Medizin... Ah, wie heißt das? So ein komisches... Wo man das aufbewahren kann. Oder können wir das... Wollen wir das mal hier hinbauen? Wo haben wir das denn? Snackbar? Ist das nicht Snackbar? Aber acht Baumstämme, ne? Ja, dann lassen wir mal wieder sowas ein bisschen machen. Ja. Ich würde auch mal bald mal wieder richtig bauen. Zumindest fällt das immer in die richtige Richtung hier. Genau. Ich habe wieder was gehört. Können wir das eigentlich auch pimpen noch hier? So viel haben wir auch nicht. Ein paar Federn dran. So. Ist in Ordnung. Ging hier nicht noch mehr, doch. Alter, erschreckt mich doch nicht. Willst du meine Vorräte plümmern? Und manchmal, in der letzten Folge, oder in der vorletzten, haben die auch komische Geräusche gemacht. Ich habe mich gewundert, was es immer ist. Die sind nämlich am Sterben. Deswegen dachte ich... Ich dachte erst, machen die Wildschweine so komische Geräusche? So, jetzt können wir noch wieder einiges einsammeln hier. Hinten war noch einer. Glaube ich. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo einen gesehen. Ja, könnte man auch mit den Snacks machen, klar. Ne, der ist mir da halt... reingeraten. Das kann ich auch nix. Für. Braucht ein bisschen Alkohol. Das kann ich auch gut machen hier. Ah ja. Okay, Dynamit. Ja gut, explodiert ja halt nichts. Soll vielleicht mal explodieren, wenn man so viel hat. Nehmen wir auf und so viel Soda. Naja. Mehr geht hier nicht hin, ne? Hinten sind wieder Leute. Mehr können wir nicht. Geil, haben wir noch so einen kleinen Vorrat hier. Den du mir nicht streitig machst. Oh, nein. Was ist hier los? Warum echt dringend rüst? Ich kann uns halt wieder aufsammeln. Okay. Hier sind die überall. Da wusste ich nicht, da wusste ich nicht, dass man das aufbrechen kann. Da hab ich immer gefragt, was man aufbrechen kann. Das ist ja nicht schlecht. Da ist Tische, da fliegen die wenigstens nicht durch die Gegend. Ist hier immer dasselbe? Das ist echt viel, ne? Also wenn wir mal was zu trinken brauchen. Siehst du, die Flares, die entzünden sich nicht mehr. Tatsächlich. Das ist ja alles ganz nett. Das ist aber nicht nett. Den speicher ich mal. Oh, Alter. Geiler Move. Das ist ein bisschen wieder hoch hier. Das war eben aber cool. Ich hab das nur ausdrücklich. Ich hab das gehofft, dass das so passiert, aber... Hab ich nicht gewusst. Ja, wir haben so viel... Wenn wir hier sind, können wir so viel trinken, so. Wir können uns ja bald besorfen. Dann können wir nochmal speichern. Ich geh mal kurz hier wieder rein, aber wenn hier nix ist, dann geh ich wieder weg. Na, toll. Ich dachte, hier sind immer diese komischen Tennis-Spieler. Also mit den Seilen, das klappt echt super. Hier ist noch ein bisschen Alkohol. Yeah. Ich weiß auch immer nicht, ob das der gereime Raum ist. Machen wir nochmal so viel es geht hier. Mehr geht nicht, okay. Aber da können wir noch ein bisschen was einsammeln. Aber in den Höhlen sollen jetzt wahrscheinlich auch diese Tennis-Spieler sein. Ich hab keine Ahnung. Die haben jetzt zumindest das Pedometer, aber ich möchte jetzt da nicht unbedingt nachsuchen. Das werden wir vielleicht nochmal irgendwann finden. Hätte sein können, dass ich es jetzt mal schnell finde oder so, zufällig. Aber naja, ist egal. Speichern ist mein bester Freund. Ja, brauchen wir alles nicht. Es gibt ja auch zerbrechliche Leuchtfackelkisten, aber wo ist das? Batteries und so. Das kann man nicht zerstören, nee. Achso, das kann man auch kaputt machen. Yeah. Das ist damit gemeint, keine Ahnung. Das ist mir auch neu. Aha. Ein paar Wumpfstämme haben wir noch. Egal. Egal. Wir brauchen echt Rüstung. Ganz dringend. Da ist schon mal ein bisschen was. Setzen wir gleich auf. Und die sammle ich mal ein bisschen lieber. Hier sind wir gerade so gar nicht in Richtung Strand. Höhle 10 gibt es noch, dann die anderen beiden Höhlen. Ach, ich würde am liebsten auch alle entdecken, aber ich kann ja nicht nur Höhlen entdecken. Aber Höhle 5 mit der Metalltür auch, ob wir ein bisschen Geheimnisse nenne ich die ja immer. Und die Metalltür macht ja auch Geräusche und man kann danach wieder ein bisschen hochschwimmen. In den Gänse, Schwänse, Böse. Oh, da kommt wieder ein Kollege. Aber ich hau ab. Vorher mache ich euch noch was kaputt hier. Pech. Ich weiß nicht, ob ihr hier irgendeine Entzündung kriegt. Blutvergiftung oder ich weiß nicht was. Oh, das war nicht gut. Cold in Red ist uns auch. Na, passt schon, passt schon. Über Stock und Stein. So muss das sein. Wie wär's machen wir hiermit? Wie wär's machen wir hiermit? Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ich bin der Benjamin, ja, im Vorhaus, ja, und kann nicht singen, aber das ist das Okay, ich will zum Strand, ich will zum Strand, ich fress mein Bart, ich will zum Strand, ich will zum Straaaand Irgendwo hier müsste noch eine Höhle sein, aber weiß ich nicht genau Ich weiß nicht genau, ich weiß es nicht genau, hinten ist ein Muschiklaus, das fehlt mir auch noch Die schwebenden Steine hier wieder Was ist eigentlich der Kuh-Mutant, kenne ich auch nicht Den hinten lasse ich mal in Ruhe, äh, das ist ein Galoppelhans übrigens Und hier ist ja auch irgendwo Höhle 10, ne, wissen wir ja Dieses Rüstung, das wissen wir jetzt auch So, es dämmert wieder, es wird wieder dunkel Oder, keine Ahnung Die Sonne müsste aber untergehen Rüstung Nicht schlecht Können wir uns noch wieder was quafen hier? Ja, geht noch Immer noch Kommt noch an auf den Platz Jetzt geht's nicht mehr Aber da auch mal was drin ist, ist auch ganz nett Tuttle-shell 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 Hatte es in blood, ja ok Es ist uns nur noch kalt Mir ist kalt So kalt Kennt ihr das? Bestimmt Wie ziehen kann ich noch mitnehmen? So, dann mach ich mal ein Feuer an Ach, unser Experiment Kann ich sogar noch essen Das Wasser sieht gerade merkwürdig aus Naja, ich speichere jetzt erstmal Beziehungsweise ich schlafe Jetzt speichere ich nochmal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal